Ich weiß, hier ist auch Quarz, da tun wir uns aber gleich erstmal hier oben alles mitnehmen. So, das hier nehmen wir noch mit und dann gehen wir auch wieder hier raus, weil ich bin ehrlich gesagt nicht so gerne im Nähter. Muss ich jetzt nicht so, hey, ich hab gedacht, könnte ich nicht verstecken, war. Ja, ja, aber nicht mit mir, Fräulein, nicht mit mir. So, dann gehen wir jetzt mal wieder nach Hauji. Boah, mehr als zwei Stacks, das läuft. Man müsste auch jetzt reichen. Hier, hier sind unsere Fäckelchen. Jawohl, jetzt dürfte uns eigentlich nichts mehr passieren. Also einen Lava-Mangel hat man in Minecraft definitiv nicht. Also Lava kriegst du wie Sand am Meer. Guckt euch das mal an, diese Lava-Brühe da unten, wo unser Häuschen ist. Ja, wenn diese Folge hier rauskommt, boah, das dauert noch, das dauert noch. Oh, nein, in der Zeit habe ich schon wieder mit Tabo, Rode und Gerda aufgenommen. Das ist echt der Hammer. Ich weiß gar nicht, wann die rauskommt. Ich habe, glaube ich, insgesamt 336 Folgen. Und heute ist Vatertag und heute kam, glaube ich, die 310. Ja. Bis die hier rauskommt, haben wir schon Juno. Fast. Ja, wir haben ein bisschen was aufgenommen. Rein theoretisch gesehen bräuchte ich die nächsten... Ist ja klar. Ich komme nach Hause und es regnet. Bräuchte ich die nächsten 3 Wochen oder so gar nicht mehr aufnehmen, wenn ich wollte. Das ist echt der Hammer. Ach, weißt du, wir gehen direkt schon mal hinten hin. Dann haben wir das Häuschen nämlich auch so weit schon mal fertig aus dem Außen. Ne, wir machen es doch anders. Wir gehen doch erstmal rein. Habe ich gerade beschlossen. Denn uns fehlt hier noch was anderes. Nämlich, 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 nämlich Holz. Müssen wir demnächst auch noch mal ein bisschen schlagen gehen. Aber ich habe irgendwie gerade keine Lust drauf. Und wir haben die schöne Minecraft Musik. Hallo. Dann müssen wir uns auch noch was einfallen lassen, was wir hier vorne hin machen können. Ah, ja. Guckt euch mal den Berg an. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen schöner machen. Aber das kommt alles noch. Das kommt alles noch. Kommt Zeit. Ich habe Glas vergessen. Seufz. Ne, das muss ich machen. Ich muss Glas holen. Zumindest Sand, was wir hier auch vor Ort machen können. Und dann brauche ich auch noch Eisengitter. Das kann ich von oben holen. Obwohl, das könnte ich eigentlich mal gerade machen. Mal hier eben hoch. Mal gucken, was wir hier noch in der Truhe haben. Ja, mal hier haben wir das. Ja, mal hier haben wir das. Was ist denn in der Kramkiste? Genau. So viel brauche ich nicht. Nehmen wir mal so 20 Stück mit. Die werde ich auch nicht brauchen. Aber, na ja. Da ist Sand. Ich will aber mal gucken. Hab ich denn noch? Hab ich denn noch? Boah, wir haben so viel Stein. Braucht einer von Steinen? So, nehmen wir mal so viel mit. Kleck mich am Söckchen, ne? Ach ja, ich hab halt im Rote die Lila nun. Das Lila in der Glas gegeben. Die Fackeln hier, die werden auch ersetzt durch Laternen. Das ist ja klar. So, dann wollen wir hier auch mal. Ging das so? Ne. So. Zack. Eisenherr. Ja. Genau so. So. Dann wollen wir mal Holz nehmen. Und das hier schon mal dicht machen. Äh. Ne, so nicht. Hui. So, dann haben wir das hier nämlich schon mal. Hier kommt ja auch Holz hin. Und ich glaube hier. Das da hinten, das können wir alles noch machen. Das ist, äh. Kein, kein Problem. Das habe ich nämlich jetzt gerade nicht mit. So, und dann nehmen wir nämlich hier das Glas. Und machen hier jetzt mal zu. Damit das hier auch wieder schön aussieht. So, dann habe ich das hier genauso gemacht. Dann machen wir hier auch mal. Ich habe meine Silk Touch jetzt nicht mit. Vielleicht geht auch noch mit Glück. Nein. Passt du auf, da muss ich nicht nach unten hingehen. So, lassen wir die erst mal hier. Vielleicht. Brauchen wir die ja noch. Und das wollte ich ja jetzt hier drin auch anders machen. So, wie hatte ich das denn da jetzt gemacht? Hier kommt Glas hin. Hier kommt einer hin. Und da. Der Rest. Ach ne, da müssen noch die Dinger dran. Okay, das kann ich noch nicht machen. Aber was ich machen kann, ist hier schon mal. Zack. Und das hier ist verkehrt. Zumindestens hier. Na. Muss ich mir holen. So, Kaki. Komm her. Alter. So, und hier auch noch mal. So, dann kommt hier das drauf. Und das. Das wird ja jetzt hier auch anders gemacht. Das machen wir jetzt mal. Das kommt weg und das kommt weg. Aber dafür wird denn das hier zugemacht. Und hab ich. Ja, aber nicht genügend. Da muss ich noch mal eben rüber. Ja, sieht doch jetzt schon wieder besser aus. Und ich glaube, das kann man hinterher. Ja, die Stämme habe ich, glaube ich, gar nicht mehr da. Wobei, die muss ich jetzt schon holen, wenn ich das Dach nämlich drauf zimmern will. So, komm. Wir haben hier so viel Stein hier hinten. Da können wir sicherlich mal was von entbehren. Bruchsteine. Hier, guck mal, was wir hier an Stein haben. Da kann ich mal ein bisschen was von mitnehmen. Ich weiß, wir werden das auch brauchen. Guck mal, was wir hier gefarmt haben. Aber... Ich könnte ja mal... Oh! Na, guck mal. Hier haben wir... Stein ohne Ende. Dann will ich das mal hier wieder einräumen. So. Und dann nehmen wir mal hier... Ne, das ist auch Stein. Vier. Bruchstein. 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 Dann haben wir das. Dann kann das nämlich auch wieder... Ach, hier unten haben wir noch einen. Wo hatte ich denn jetzt hier... Hä? Hier. Zack. 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 Ich brauche wohl noch... Obwohl, ich kann ja noch einmal. Ich glaube, das wird reichen. Jetzt habe ich Stein mit. Stein. Das habe ich mit. Das habe ich mit. Obwohl, was habe ich? Habe ich denn? Habe ich denn? Da ist die Holzkiste. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Eiche. Damit ich... Tüt, 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 tüt. Davon was machen kann. Ne, das ist Fichte. Ne. Und hier von den Türen. Die wollen wir ja hier sowieso nicht verbauen. Kann ich auch mal mitnehmen. Können wir alles wieder neu machen. Ich glaube, wir haben es echt ressourcensatt. Dass... Dass ich mich jetzt einfach mal da dran bediene. Achchen. Oh. Das sieht einfach nur traumhaft aus. Da mal wieder anders hinsetzen. So. Kalte Füßchen. Wollen wir nicht. Echt geil. Hoppala. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, ein Screenshot. Habe ich geschossen. Ja, okay. Gut, gut. Gut, 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 gut. F2 sind also Screenshots. Gut, 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 gut. Hört das Lästern auf. Hör das Lästern auf.